Heute gibt es ein kleines Special Video. Die Reise geht nach Kranenburg. Allerdings besuche ich Kranenburg im Nebel. Ich starte meine Reise vom Kreis Viersen aus. Je weiter ich in Richtung Kranenburg fahre, umso mehr Nebel gibt es. Spannend wird es, Kranenburg im Nebel zu besuchen. Kranenburg ist eine kreisangehörige Gemeinde des Kreises Kleve. Der Ortsteil Kranenburg trägt den gleichen Namen. Kranenburg entstand im 13. St. Peter und Paul, das Museum Katharinenhof und der Mühlenturm mit einer ortsgeschichtlichen Ausstellung. Interessant sind auch die Reste der Stadtmauer und des Stadtwalls. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die katholische Pfarrkirche Sankt Peter und Paul ist zugleich eine Wallfahrtskirche. Der weitgehend originalgetreue Wiederaufbau wurde 1949 begonnen und erst im Jahr 1970 abgeschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020